Willkommen in der Runde zur DVD, zum Spiel ein bisschen kurzer Mittelpunkt. Und zwar endlich mit meiner neuen PS5. Ich habe endlich eine. Ich kann endlich mit Camerad TCM stoppen. Ja, und WWE mit meinen Kollegen wieder. Okay, ich würde meine Runde aufnehmen. Die DVD, mal gucken, wie es ist mit der PS5-Version. Ich meine, das Spiel wird immer noch genauso scheiße sein. Da wird sich ja nichts ändern. Es ist halt das Werk der Liebe. Was soll das? Und ja, natürlich mit Singularität ist ja mein Lieblingskürzzeit zum Spielen. Und darum, wie soll mein zweiter Main? Dazu ja gerade auch P100 zu kriegen. Ah! Aber du Scheiße, du Scheiße-Rolle. Nein, komm ey! Nein, nein, nein! Oh, Twilight! Ich bin schneller als du! Ja, tschüss, Schneemann. Ja, blende mich! Oh nein! Nein! Ich bin schneller als du siehst! Das ist wieder der Klu-Rolle. Guck mal, wie du ihn wieder aussiehst! Blehlehlehlehlehlehlehlehleh ich denke mehr also ich nehme dann ist ja jetzt ja auch noch besser aus oder die haben auch irgendwie wie geht es nicht gut ich dachte wenn der palette ich kann aber was ist das über die scheiß paletten schon wieder ich habe keine bamboose mit ich meine ich habe schnell jemanden down bekommen aber die scheiß wenn man jetzt gerade sehr lange gehalten ja eigentlich mag ich die mitbeziehung aber wenn er so viele paletten sind oh ja clicky clicky hatte ich auf speed speed das ist ja schon mal mit der kamera ja ich habe mir die lerne kamera toll warum denn ich habe es mit usb gefunden ich glaube ich habe es gerade schon hinterher die pette gibt es auch noch statt die werfen weg gewesen was ist das er verkannten nicht mal so ich hoffe ich dass das dann nimmt man einmal bei der ps5 jetzt auf und schon will die kamera nicht oder was ja obs bleibt stecken gut statt wird wieder ich habe nur das muss gleich nach der aufnahme machen ja ich glaube mein laptop ist schon wieder voll da muss über sachen löschen warum ist der zweit schon tot haben die ihn so spät gerettet oder hat er sich töten lassen am anfang wird sich töten lassen der musik ja ich hoffe dass ich da ist jetzt kein standbild keine verzögerung meiner kamera meine ich weil ich sehe das jetzt nicht verstanden ist ich habe ich habe sogar neues handy bekommen also ich habe zu der plästischen film wo ich ja wusste dass ich die kriege weil ich hatte schon seit oktober mein zimmer nur ich musste bis weihnachten noch warten gesagt hat wie meine mutter sogar noch ein handy für 300 euro geschenkt da war ich erst übelst überrascht damit ich gar nicht weil die ps5 war ja schon zu teuer ja der vierten loli leck mich geht zu der ja mal die pikke weg da bekomme ich nicht ja die hat mir am anfang viel zu viel zeit gekostet zu scheiß fängen wenn richtig probiert unbedingt mal wird die politik aus ist ein sehr geiles glück das ähm bürger recht sehr geil also auf killer die ekein bleibt das aufbauen zum beispiel doktor singularity und so ist das kirk extrem gut muss ich sagen also du kannst damit soviel des fans noch mal gut machen man ja gesehen wie ich recht hinterher kommen da ist kein platz das aber wie gesagt ich baue mit singularity ekein bleibt das aufbauen ich benutze ich weiß jetzt zum beispiel in der kamera benutze ist mein platz das weg deswegen und die weiter leck mich die wir die wir eh nur abpacken wir machen mal hier im pop top es sind sehr geist pirk ich dachte auch erst das pirk wäre scheiße aber dann habe ich ein video im cook von amerikanischen youtuber der singularity aufbauen ich stehe noch nicht ja ja selber schon wenn du dich abhaust ja blende milch jetzt sehe ich wieso du bist diese waschmaschine nein ich dachte sie rennt da rein ich weiß nicht mal oder war jemand weg komm 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 naja ist ein sehr geist ist halt so ein richtig guter als dem leite main der wirklich komplett mit dem ab geht wie sagt natürlich auch am pc pc besser als kontrolliert personen spieler so wie ich bin und der benutzt hat über dieses park und ich habe so 11 probiert auch und seitdem bin ich das drücken es ist sehr gut auf den killer heilt nun leider muss dann dafür ja die hier ist ich kriege dich dieser scheiß schneemann und weg über die plädte ich schreie so fetzer ich komme gleich wieder stecken lieben ist die alte stecken geblieben ich spiele auf hd auf ps5 mir kann sowas nicht passieren aber ich kann man auch irgendwann noch mal fans ich habe jetzt meine ps5 ich habe jetzt besseres internet als damals noch was damals gemacht haben also müsste ja super klappen eigentlich obwohl ich es mit unserer glas und ich verstehe also downloaden so extrem schnell aber ich muss youtube videos oder twitter videos immer noch auf 360p schauen warum glasweiserleitung das ist nichts als auch nichts sie haben sich in twitteren gebaut aber ganz ehrlich da sind sie doch selber schulden jetzt wollen die scheiß entwickler wollen jetzt natürlich wieder im januar twitteren bearbeiten ich weiß nicht wie keine ahnung was sie machen wollen wir haben gesagt irgendwas mit dem trend treten es ist auch selber schuld finden sich diesen zuzubauen ich habe ja nicht mal drauf gespielt und eine gute survival truppe macht die chance so dass sie niemals drei grenzen beim letzten nur die aber das spiel kaputt gemacht hier ist ja jetzt ist auch dort bei sind set und hook aber ich würde diese ähnliche nervige fangmin nicht entkommen lassen genau die dahinten nehmen wir erstmal dich dann schlagen wir die suchen wir die andere legen wir die auf und mit der und die lassen kommen wenn es inzwischen nicht weg geht das wäre ein event wenn ich wer darf irgendwann ich muss deine ich muss deine zwillingsfächer finden bis hier nein nein das ist ja Ja! Kommt ihr hin? Ah, ich würd' nicht fangen, wenn ich so lange, äh, slaggen! Hehehehe, weg mit dir! Hätt's lieber Jens gemacht. Hätt's lieber, wär schon mal gekommen. Bei der Map? Da oben. Ja, das Gemälde habe ich gemalt. Ähm, Eben? 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 Uli? Ach so. Gut, bitte nicht wiggeln! Hör auf! Nein! Lass das! Hör auf den Roboter! Ah, wenn die jetzt abroten! Okay! Hä? Hör auf den Roboter! Hör auf den Roboter! Scheine würden nicht getragen werden! Ich hab' mir noch hinterher! Das ist gut! Ich hab' mir noch hinterher! Das ist der Schneemann! Ja! Ich hab' mir noch mal hinterher! Ich hab' mir noch hinterher! Ja! Hör auf den Roboter! Ja! 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 Ich hab' mir noch hinterher! Ich hab' mir noch hinterher! Ich hab' mir noch hinterher! ja dann glaube ich nicht kämmer weil es hat ein bisschen doof wenn ihr so am ende ein bisschen fahren will das ist ein bisschen langweil für ihn und kommentieren ja die wird nicht leiden weil ich den kommen lasse ich habe mich selber treffen lassen von den dingen was erinnert ist ja eine schöne runde auf der piste ich warte